Als Schlacht bei Collin wird die kriegerische Auseinandersetzung zwischen Preußen und dem kaiserlich-habsburgischen Österreich am 18. Juni 1757 im böhmischen Collin bezeichnet bei der Feldmarschall Leopold Josef von Daun dem preußischen König Friedrich II., der Große die erste Niederlage im Siebenjährigen Krieg beibrachte. Die Schlacht forderte rund 22.000 Tote und verwundete. Vorgeschichte Nach der Schlacht bei Prag am 6. Mai 1757 wurde die Stadt von den preußischen Truppen belagert. Der kaiserliche Feldmarschall Daun war mit einem Entsatzherr aufgebrochen, um den eingeschlossenen Österreichern unter Prinz Karl von Lothringen zu Hilfe zu kommen. Friedrich II. brach daraufhin die Beschießung von Prag ab und stellte sich mit einem Teil seiner Truppen den anrückenden Österreichern entgegen. Truppenstarken und Topografie In der Schlacht wurden auf preußischer Seite etwa 35.000 Mann aufgeboten, davon etwa 21.000 Mann Infanterie, etwa 14.000 Mann Kavallerie sowie 90 Geschütze. Ihnen standen auf österreichischer Seite etwa 54.000 Mann gegenüber, davon etwa 35.000 Mann Infanterie, etwa 19.000 Mann Kavallerie und 154 Geschütze. Feldmarschall von Daun wurde der Anmarsch der Preußen auf Playaan mitgeteilt. Darauf bezog er bei Anbruch der Nacht des 17. Juni eine neue Abwehrstellung. Statt seiner bisherigen Front nach Westen nahm er jetzt eine Stellung zwischen Radwinitz und Porvodz mit Front nach Norden ein. Sein linker Flügel stand auf der Höhe von Prarowski, der rechte Flügel auf der Höhe von Kretschorts. Die vorgelagerten Dörfer Kretschorts, Bristvi und Chodzginitz waren durch leichte kroatische Infanterie besetzt. Gegen diese Hügelkette westlich von Colleen rückten die Preußen am Morgen des 18. Juni 1757 vor. Vor der Stellung verlief parallel die sogenannte Kaiserstraße von Planjan nach Colleen. Das Gelände davor war weiträumig mit hohem Getreide bedeckt und von einigen Hohlwegen durchschnitten, die größtenteils von Nord nach Süd verliefen. Verlauf Trotz schlechter Aufklärung und zahlenmäßiger Unterlegenheit griff König Friedrich II. die Österreicher an. Doch seine hier verwandte Taktik der schiefen Schlachtordnung, die ihm später diese Taktik sollte er im Dezember desselben Jahres erfolgreich in der Schlacht bei Leuten anwenden, den Sieg brachte, sollte scheitern. Preußische Einheiten des Gore der Vorhut unter General der Infanterie Prinz Moritz von Anhalt Dessau ließen sich durch Geplänkel mit der österreichischen Avantgarde zu einem frühzeitigen Einbruch in die starken Höhenstellungen des Feindes provozieren. Der erste preußische Versuch, die österreichische Front von einer Seite auf zu rollen und den entgegenliegenden Flügel durch Scheinangriffe einiger Regimenter zu binden, misslang. Durch das fast zweistündige und tätige Halten der Preußen gewand daun ausreichend Zeit zu nützlichen Gegenmaßnahmen. Da er seinen linken, fast unangreifbaren Flügel unter Generalwachtmeister Condé de la Puebla bei Préboots nicht mehr gefährdet wusste, verlegte er seine dort liegende Reserve unter Graf von Colouridou und FML von Wied kurz vor 11 Uhr hinter den rechten Flügel als drittes Treffen. Genau dorthin, wo die Preußen später ihren Hauptstoß ansetzten. Mittags gegen 13 Uhr griff die preußische Avantgarde und die gesamte Kavallerie unter Generalleutnant von Zieten gegen Kutlitz an. Die Infanteriereserve unter General von Hülsen trat gegen Kresor an. Friedrich II. ließ im Zentrum die Division unter den Generälen von Mannstein und Tresco die Straße bis Brettlitz vorgehen und dann gegen das Dorf Bristwie nach Süden einschwenken. Der gegenüberliegende rechte Flügel der Österreicher unter von Naderstie ging mit seiner Kavallerie bis nördlich Kretschorts und später auf Radosnitz zurück. Doch gelang es hier, den Vormarsch der Infanterie unter General von Hülsen zu stoppen. Im Zentrum rannte sich das preußische Chor unter dem Herzog von Braunschweig-Bewan an der österreichischen Höhenstellung von Prarowski fest. Die Division unter Mannstein war am Dorfrand von Schubnitz durch die Österreicher unter dem Freiherrn von Entlau. Die Division unter Tresco durch die gegnerische Division von Sinsi gestoppt worden. Gegen 16 Uhr griffen die sächsischen Schäublegers und das Dragona-Regiment die Linie die linke Flanke der Preußen an, brachten sie zum Weichen und fielen dann im Verein mit den am rechten Flügel befindlichen österreichischen Kavallerie-Regimentern über die preußische Infanterie her, welche nach schwerem Kampf weichen musste. Dauns Truppen begannen die zunehmend desorientierten Preußen in die Zange zu nehmen und immer weiter zurückzutreiben. Friedrich der Große soll gegen 17,30 Uhr, als sich die Niederlage klar abzeichnete, einer Anekdote zufolge den fliehenden Grenadieren im Zorn zugerufen haben. Hunde, wollt ihr ewig leben? Bei der Deckung des Rückzuges zeichneten sich noch die preußischen Kürassiere unter Oberst von Seidlitz, der am selben Tag zum Generalmajor befördert wurde, sowie insbesondere das 1. Bataillon der Leibgarde unter General von Tau und Zien aus deren Mutiges widerstehen die Armee des Königs vor Schlimmerem bewahrte. Die Verluste der Preußen in der Schlacht betrugen 13.733 Mann und 1.667 Pferde, 45 Geschütze und 22 Fahnen gingen verloren. Die schwer verwundeten Generale Tresko und Pannewitz fielen in österreichische Gefangenschaft. Die Verluste der Österreicher betrugen 8.114 Mann und 2.745 Pferde. Auswirkungen Als Folge dieser schweren wie auch unerwarteten Niederlage mussten die Preußen die seit Mai des Jahres betriebene Belagerung von Prag aufgeben und sich unter worübergehender Preisgabe Schlesiens nach Sachsen zurückziehen. Friedrich II. hatte fest mit einem Sieg gerechnet, der ihm weitere Vorstöße in Richtung Wien ermöglichen sollte, woraus er sich gute Chancen für einen von ihm avisierten Friedensschluss ausrechnete. Die Hauptschuld für die Niederlage schoben sich der König und sein Armeeführer Prinz Moritz von Anhalt-Dessau wechselseitig zu. Tatsache ist, dass Moritz den vorzeitigen Einbruch seiner Regimenter in die österreichischen Stellungen zu verantworten hatte. Der König sich jedoch das generelle Risiko zurechnen lassen musste, dass er mit dem ungeduldigen Wunsch nach rascher Beendigung der Kampfhandlungen durch einen finalen Schlag auf sich und seine Männer lud. Rezeption In Folge des Sieges stiftete Kaiserin Maria Theresia am 22. Juni 1757 wenige Tage nach der Schlacht den nach ihr benannten Militär Maria Theresienorden. Der Orden für hervorragende Verdienste von Offizieren im Kriege war damit die erste sichtbare österreichische Militärauszeichnung. Die erste feierliche Verleihung des Ordens fand erstmals am 7. März 1758 in Anwesenheit der Stift Ehren statt. Im Jahr 1870 wurde in Wien als Ergrund die Kulengasse nach der Schlacht benannt. Der deutsche Lyriker Detlef von Lilien Krohn verfasste die Ballade »Wer weiß wo«, die auf die Schlacht von Kulin Bezug nimmt.